Willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft World of Tech. Mit dabei sind Dina, auch bekannt als Miss Tiggy. Teggy. Teggy. Was? Ja gut, lass mich. Ja, das auch mal. Miss Teggy. Warum komm ich nicht drauf? Ja, Miss Teggy, so. So, dann noch der Hex 47 Gaming ist auch wieder dabei, auch bekannt als Marco. Ähm. Ähm. Ja. Ich komm irgendwie nicht drauf. Ich nenn dich nicht, sorry. Anwendung fehlgestangen. Bad Login. Okay. Oh, Maxi sieht ja eigentlich mal gut aus. Ich bin drauf. Was? Das ist der Maxi, die Kids auch mal bei Miss Tiggy. Bad Login. Und den nenn ich erst. Achso, Entschuldigung, das bist du, Jenna. Komm mal, sag mal abbrechen. Ich weiß nicht. Nix abbrechen. Nix abbrechen. Nix abbrechen. Du guck in deine Probleme und dann kommst du rein. Da vorhin kam ich unten von dem rein. Ding, 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 ding. Ding, ding, woo. Mit Stolze. Ich hab die Pen. Oh. Ja, ich geh auf Pen. Schade. Ey, wer haut mich denn da? Das war Gina. Ich? Ich war das gar nicht. Los geht Pen. Dann war das aus Versehen, tut mir leid. Äh. Hallo, Animans. What's going on? Alle schlafen. Okay. Dann lass dich in meine Ruhe. Hau ab. Hau ab. Oh, Maxi. Geh jetzt schlafen. Maxi. Hach auf. Hach. 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 Als ihr technischen Problem wartet, hab ich immer zurück disconnected. Der Platz des Todes. Hier schläft. Hach. 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 Gute. Hach. Hallo. Marco sieht aber zu Mädchenhaft aus. Deine Krone. Tut mir leid. Das ist eine Krone habe ich dann. Oh. Und das? Dann sag ich ja. Und das? Der König ist da. Ja das sieht doch richtig knuffig aus. Du richtiger Süßes. Du richtiger Süßes. Oh nein. Sieht der nicht süß aus? Ich seh ihn nicht. Oh ne jetzt ist er ein Geschenk. Oh my god. Ein Geschenk. Darf ich dich auch machen? Du darfst mich auch ruhig machen. Nein. Wie meins. Ich will den Hut haben. Ich will den Hut haben. Welchen Hut? Ah das ist nur ein scheiß PC. Helikopterschwein wo bist du? Lol? Äh what the fuck? What? Äh warum sehe ich mich zweimal? Wo bist du? Ah ich glaube das ist äh der Download. Der hat diesen Trick genutzt. Dass man andere Spieler kopieren kann. Du Arschloch. Alter nicht töten. Nicht töten. Gib mir meine Existenz zurück. Nicht töten ich bin tot. Mann ey du bist ein Pisser weißt du das? Nicht töten ich bin tot. Nicht töten ich bin tot. Ich hab den Helikopterschwein gesehen. Was? Mann ey das ist ja. Was machen wir dann? Ja und dann? Gina? Ne gibt's kein Helikopterschwein. Oh. Gina? Soll ich mir einen Trick zeigen? Ey wo bin ich? Alter alles. Tschüss. Nein. Ey man du bist ein Wichser. Lass mich hier rein. Ich hab dich gerettet aber. Ich bin mir in Ruhe. Ey ich hab dich gerettet. Du bist so ein Arsch. Ich soll aber ausnahmsweise was produktives machen. Ja. Hallo hörst du mich? Hau ab. Nein. Ich liebe dieses Ding so sehr. Nein. Die Gina-Import ist grafisch. Na warum warum. Funktioniert das nicht? Weil. Oh mein Gott. Wieso. 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 Mann. Mann. Selbstmord. Wo ist der Grabstein jetzt? Ich hatte nicht viele Sachen dabei. Ich glaub ich hab mich in meinen eigenen Minen verlaufen. Oh. Das ist sehr effektiv. Was bauen wir denn jetzt hier weiter? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. In ein Rastauron oder sowas. Wieviel Folgen wollen wir überhaupt machen? Oder ein Fußballstadion. Da kann es mir noch so rum. Meuro kann es nicht sein lassen, ey. Nee, warum? Besonders, weil ihr nichts machen könnt. Oh, das geht nicht. Marco, kannst du den Helikopterschwein nicht hier reincheaten? Geht auch nicht. Nein. Warum nicht? Weil ich nicht cheate. Der ist aber weg. Ausnahmsweise, mein ich. Brauch den Helikopterschwein. Alter, nein, nerv nicht. Komm, wir müssen irgendwas Produktives machen. Was, ey, wir brauchen Essen. Wir brauchen Essen. Wir brauchen Essen. Ja, ich will jetzt schon Essen fahren. Ihr lasst doch jetzt mal aussuchen, was wir bauen. Weil das ist ja so unsere Base, könnte man sagen. Also so unser Haus. Ja, aber sei jetzt halt jeder mal sein eigenes Haus einbauen oder wie? Nein, kein eigenes Haus. Nein. Später vielleicht. Ja. Irgendwann ganz zuletzt. So, erstmal hier erweitern. Ey, wie, keine Ahnung. Hotels, Restaurants, mir egal irgendwas. Hotels, Restaurants, Dönerladen. Pommesladen. Dönerbude. Pizzabude. Die Titanic in Stripschuppen. Oh mein Gott, da läuft ein Küper rum. Mit der Spitzhacke. Gar nicht. Nee, was? Nee, was? Nee, was? Nein, nein. Was? Ich hab heute Windu-Color gefahren. Alter, das wird doch nicht einfach. Das ist du. Ja, natürlich bin ich das, du Idiot. Wie hast du das denn gemacht? Keine Ahnung. Kann ich vielleicht auch machen? Zeig mal. Da weh, irgendeinem Grabstein, dann seid ihr so tot. Wie geht das denn? Achso, du warst der Küper. Ja. Achso. Wie hast du das gemacht? Das steht doch auch jedes Mal da. Meine Güte. Wie hast du das gemacht? Nee, sag ich nicht. Was? Sag ich nicht. Wunder später. Werd mich, was mir. Sag mal eben, wie du das gemacht hast. Ich möchte auch kein Tier sein. Alter. Bitte. Alter, ernsthaft. Ich möchte ein Wolf sein. Alter, ernsthaft. Ja. Wirst du noch, dass du sowas sein? Weil nenn dich doch jetzt Download und nicht hier Maxi-Kit, du. Wolltest du jetzt unbedingt meinen Grabstein wegnehmen? Maxi-Kit, wo bist du gerade? Ich bin gerade in der Mine. Kategorie. Nur außerdem, wenn ich hier angucke, steht da Download. Ey. Junge. Wer war? Allerdings, hier ist ein Baum in der Hütte. Personalisierung? Wo geht das denn hier? Irgendwo bei der Einstellung bestimmt, ne? Watt. Dass sie zum Tier werden kann. Ich weiß nicht. Soll erst mal etwas Produktives machen. Also, ich suche jetzt schon nach Essen. Ich würde gern Wolf sein. Mach doch mal jetzt am richtigen, damit kein Kripper. Hier, schlag nicht. Dann kriegst du deine Sachen nicht. Kannst du bitte mal sagen jetzt, wie wir das machen? Marco? Sag mal mir, wie machst du das? Kannst du bitte mal einmal schra... Marco, komm mal her. Bitte. Bitte. Ich mach so. Wenn du Marco bist... Nein. Ich würde auch gern machen. So, warte. Kannst du bitte machen einmal? Hier sind Moros Sachen. Ich gebe ihm das erst, wenn er seinen richtigen Namen wieder hat. Ich sag's nicht, weil er meinen Kopfstein geplündert hat. Ja, ich. Wenn du deinen Namen... Äh, wenn du wieder du bist. Also, keine Scheiße baust. Komm, schon, mir kannst du das sagen. Komm, Marco wieder. Es gibt dir auch... Jetzt bin ich bockig. Der Steinax. Steinax. Komm, bitte. Ich muss das wissen. Nein. Euro. Nein. So, warte. Jetzt sag ihm, dass es sonst gibt. Es kann ihn auch tue ich... So. Ja, ja. So, da ist ein Grabstein. Welchen Rest? So, was war mal hin? Ich seh hier nur Schafe, ey. Lass mal zusammenbleiben. Ich hab... Ich hab... Ich hab mal der Portigal ein Portal in uns ausgemacht. Also, da kann ich euch... Da kann ich auch zurückkriegen. Hat jemand was zu essen dabei? Ich kann jederzeit zurück. Hab ihn mir im Waypoint gesetzt. Oh, das ist schwerer. Jenna, willst du teleportieren? Ja, bei mir hab ich vergessen, die Karte zu machen. Bei mir ist die nicht drin. Muss die gleich nochmal. Also, guck mal unter Steuerung, ob da die Karte angezeigt... Also, jetzt so... Optionen... Ich gräb mich jetzt ein. Wofür ich denn die... Also, ich glaub nicht, dass die Zuschauer gerne gucken, wenn wir hier nichts machen. Nee, ich mein, geh einfach mal unter Steuerung, unter... Weil dann steht da ja Kartenmenü oder so. Wenn der Mod aktiv ist. Ja, ich hab voll viele Kühe gefunden. Ich hab voll viele Kühe gefunden. Was hast du gefunden? Voll viele Kühe. Wenn ich M drücke, ne? Dann hab ich da eine Karte. Dann hab ich eine Karte. Da hab ich eine Karte. Ja, ja, dann ist doch gut. Ja, dann, äh, da musst du... Ähm... Unter Steuerung malen, Kartenmenü oder so. Weil die Taste fürs Kartenmenü ist schon überlegt, deswegen. Weil dann ist die wahrscheinlich nur versteckt. Optionen. So. So, was machen wir aber? Irgendwie sind wir planlos. Ist das nicht irgendwie immer so? Oh ja, aber heute ist das besonders. Oh, lass mich jetzt eigentlich zum Tier werden. Hallo, warum schlägst du mich? Ich hab deine Sachen nicht mehr. Hätte jemand anders gegeben. Mega Stein. Da jetzt auf. Außen schmeiß dich raus. Ha. Oh, kannst du jetzt mal bitte sagen, wie es geht? Nein. Boah, ey. Hat wohl nicht geklappt, mich umzubringen. Dann gucke ich halt gleich. Ich lauf zurück, ich Trottel. Ich lauf dir einfach sinnlos hinterher. Aber, was soll das? Sorry, das war nicht extra. Das muss ich auch einmal starten. Wenn du unbedingt willst. Komm, ich zeig einmal, wie es geht. Das ist nicht extra. Danke. Ja, ich sag dir nicht, wer die Sachen hat. Ja, brauchst du auch nicht. Wenn du wieder deine Gestalt hast, dann... Ich hab die ganze Zeit meine Gestalt. Ich hab dich mit meiner Gestalt angegriffen. Ja, Marco, dann gib mir seine Sachen wieder. Hallo, schlag mich doch nicht. Dann kriegst du deine Sachen auch nicht. Du bist schon wieder tot. Du bist nicht getötet hier. Du bist nicht getötet. Dann wirst du die ganze Zeit sterben. Ich bin unbesiegbar. Cheater. Cheater. Zumindest für dich. Ganz kurz. Benna, wo bist du? Ich bin ganz weit weg. Machst du einfach ab. Ja, warum? Jemand muss hierher essen fahren. Ihr kriegt es ja hier in die Hände doch. Ja, ich hab verflügt hier. Scheiße, mein Inventar ist voll. Ähm, Gina, wo bist du? Warum machst du ab? Ja, ich komm zurück. Ich hab noch ganz viel Platz. Ich komme ja schon. Ich komme schon. Bist du? Da hinten. Ich bin 700 Meter von Kost entfernt. Ganz einfach. Warum zum Teufel willst du immer wieder sterben? Ich hab irgendwie einen Bug gerade. Hab dich doch nicht mal angegriffen, Gina. Du wolltest es aber. Leute, ich hab einen Bug. Bei mir schaut das Kind immer nach unten. Okay, Marco, ich geh dir hinterher. Marco, ich geh dir hinterher. Also, ich geh kurz raus. Ich hab mir einen. Ich find dir echt zu gern wissen, was mir das jetzt geht. Was ist das lange? Ich will mich meine Sachen nicht wieder haben. Marco, du, du bist so eine kleine Diva. Ist nicht weg aus. Sag dich doch nicht immer so an. Sag das einfach mal. Alter, ich hab, ich hab vier Folgen lang, hab ich eine Sache gekraftet. Marco, ich hab nur noch ein Herz. Und hier hat die mir jetzt einfach weggenommen. Ich bin richtig sauer gerade. Wer ich? Richtig sauer. Ja. Ich hab dir nichts weggenommen. Ja, hat mein Graf dann gekündert. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich kann nicht schlagen. Ja, als Strafe, weil du da ganz halt... Warum musst du deswegen mein Graf stehen plündern, das tut mir ja okay, das verstehe ich, aber den Rest nicht. Ja, als Strafe. Ja, kannst du auch als Strafe ansehen. Oder ja. Achso, ich darf nicht. Mach jetzt dich auf einen auf Zicke. Wir gehen erstmal zurück zur Hütte. Ja, ich hab sowieso nur noch ein Herz. Wieso kann ich denn nicht... Ich verstehe nicht, wieso kann ich nicht richtig gucken. Ich weiß nicht. Du musst deine Maus nach oben erheben. Marco, mach nicht so schnell, du musst mich beschützen. Ich kann nicht mehr schnell. Ja, da ist ja gerade nicht. Ja, da ist hier was. Ja, hier kommt ein Krieg. Du schaust doch mal nach oben. Ja, bei mir... Ich kann... Ich hab echt die komplette Steuerung, geht bei mir nicht. Ich hab... Guck mal noch nach unten. Äh, hast du Gamepad oder sowas angeschlossen? Ich weiß nicht. Kann sein, dass er irgendwie runterdrückt und dann... Keine Ahnung. Hast du jetzt dann können, Creeper? Ja, wir haben doch... Als es so ist... Ich hab irgendwas an dem Mosk gearbeitet. Dies geht eigentlich echt auf die Eier hier. Marco, hilf mir mal. Mach doch mal deine Maus, äh... Keine Ahnung, ich bin gestorben. Hab ja keine Rüstung mehr. Aus und wieder an. Irgendwas piept hier. Ich dachte, die Koreaner kommen. Hallo. Die Koreaner. Oh, ne, es geht nicht auf Schnee zu machen. Ne, super. Da leuchtet was blau. Creeper Ding. Okay, ich bin tot. Tot wieso? Bintium-Erd. Alter, was gibt's denn für alles? Wo geht das denn nicht? Könnt du dir vielleicht alle schlafen gehen? Ich geh grad... rein. Oh, da ist ein kleiner Zombie drin. Weiß nicht warum, aber es geht nicht. Oh, geht die Tür nicht auf? Ach da. Mist. Nein! Ich kann grad echt überhaupt nichts machen. Marco, mach mir die Tür auf! Ich kann grad nicht... Scheiße! Der aktiviert mal kurz... Der aktiviert mal kurz... Oh, du hast die Tür nicht aufgemacht. Hab ich voll tätig, aber da kam... Da wurde ich angegriffen. Wenn die Sachen... Kannst du das selber machen. Ähm... Geschütze. Ähm... Äh... Da hab ich... Ja, das leckt sowas von bei mir. Weiß nicht warum, aber... Irgendwie kann ich... Irgendwie kann ich nichts machen. Ich guck mal nur nach unten, wie bekloppt. Und jetzt wird nicht besser. Marco, du solltest doch auf euch aufpassen. Äh... Mist. Aber das Positive ist ja, dass ich heute wenigstens mal auf den Server draufkomme. Bitte ein Stein. Ich will jetzt einfach alles in die Kiste hier rein. Da könnt ihr ja selber alles rausholen. Und mal... Lass man Grabstellen da stehen lassen? Ich hab deine Sachen... Warum guckst du nach unten? Sehr lieb. Wie gesagt, wäre echt... Total toll, wenn ihr schlafen könntet. Ich bin... geschlafen. Ich auch nicht. Ich nicht. Ich kann nichts machen gerade. Weil ich war genug, weil ich war zu weit weg. Warum, Marco? Ich seh dich gar nicht, dass du am Schlafen bist. Und dann, äh... Nido, der Discollecticals, dass er wenigstens Tag wird. Was? Der Discollecticals, dann wird es Tag. Wenn ich schlafen kann. Okay. Aber sieh... Aber sieh... Meine Maus sieht das nicht. Es sieht mir in meinem Kopf. Der Mod. Obwohl, scheiße. Muss dann trotzdem noch einer schlafen. Geh zusätzlich. Meuro? Wo bist du? Keiner. Ich mach mal eben kurz den Katzen weiter. Gut. A. B. C. D, D, D. Leute, bei mir ist die Aufnahme gerade abgeschmiert. Dann würde ich versagen. Dann würde ich sagen, hören wir jetzt hier auf. Ist der erste Mal drin. Ja, das kann ich auch sagen. Fangen dann, dann sehen wir uns bei der zweite Aufnahme. Dann höre ich aus. Ich bin schon dabei. Das war die schnellste Aufnahme, die wir je hatten. Warte kurz. So, dann durchs. Erstmal ausloggen alle. Warte, warte, warte. Lass mich hier noch die Erze abbauen, die ich hab gefunden. Würde man sagen, wir versuchen, äh... Bis zur nächsten Folge, technische Probleme rauszukriegen. Ja, irgendwie schon. Und zweitens, einen Plan zu haben, was wir machen. Weil diese Folge war irgendwie nur sinnloser und zerrennen. Und sich gegenseitig töten. Dann bist du durch. Weite Folge. Noch nicht, noch sind dann nicht alle raus. Das stimmt. Dann warten wir noch. Okay jetzt, 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 jetzt. Könnt ihr gerne abonnieren. Daumen nach oben geben. Ja, Neuro macht das meiner. Das war meiner auf dem Server. Aber ich bin weg. Ich bin gerade draußen. Wir hören jetzt auf. Bis zum nächsten Folge. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.